Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir schauen heute mal in ganz was anderes hinein. Resident Evil 4. Die Community hat nämlich in unserem Sabaton das Ada Wong Chapter freigeschalten. Wir schauen da mal hinein. Ich habe noch nie Resident Evil gespielt, keine Teile. Ich bin komplett ahnungslos. Wir starten einfach mal rein. Ich habe mich für das Ada Wong Chapter entschieden, weil ich die Ada Wong ziemlich cool finde. Und ja, wie immer, wenn euch die Videos gefallen, freue ich mich sehr über ein Abonnentarchen nach oben. Gottes Willen. Und wir schauen noch ganz kurz. Ich bin nämlich einmal schon offstream eingestiegen und habe mal Grafiken und so schon durchgegangen. Ich möchte aber noch sicherheitshalber Audio, habe ich ein bisschen runtergeschraubt. Chat, schreibt mir mal gerne. Wie ist das Audio für euch, YouTube? YouTube schreibt auch. Oh Gott. Luca schreibt auch gerade Hallo YouTube in den Chat. So, schauen wir mal, ob es überhaupt funktioniert. So. Hallo? Seht ihr mich? Hört ihr mich? Funktioniert es noch? Bei so Grafikintensiven spielen immer ein bisschen ängstlich. Ja, okay. Ja, okay. Olé! Aber wirklich! Olé! Finde ich gut! Der nächste Tanz gehört wohl mir. Iiiiiiiiih! Oh, die Nerven aus Dead by Daylight ist auch da. Ah, wie sie kommt in ihrem Outfit mit den High Heels. Love it. Oh, Miss Girl, looking sharp. Ewww. Passt euch von der Lautstärke? Mir kommt es ein bisschen zu leise vor. Auf den Bernstein? Haha, nein. Der ist an einem sichten Ort versteckt. Ein bisschen lauter. Ah, Pause. Zurück. Fotomodus. Ah. Nein, ich kann da nichts machen. Okay, das müssen wir jetzt abwarten, Leute. Sorry. Dann führ mich hin. Ist sie geil, ich lieb die Ada jetzt schon. Okay, komm. Okay, jetzt. Optionen. Ah, blablabla. Hä? Ich hab alles auf laut. Außer die Gesamt-Lautstärke. Okay, dann machen wir es mal auf ganz laut. Besser so? Ist ein Stück. Aber dort ist er sicher. Vergiss nicht. Kein Bernstein, kein Deal. Ich weiß, ich weiß. Was wollt ihr mit dem Ding überhaupt? Das wüsste ich auch gern. Kamera drehen ist extrem langsam. Aber Ruckler haben wir keine, glaube ich, oder? Also es schaut mal gut und flüssig aus, glaube ich. Ich glaube, ich muss mir nur die Sensitivität hochstellen, wenn das geht. Daher ist die Hier. Äh. Geschwindigkeit. Ist es das? Kamera, Geschwindigkeit, Controller. Warte mal. Ich muss mal kurz schauen. Ich glaube halt, dass ich hier mich schnell umdrehen muss, oder? Na, das kommt mir so langsam vor. Wartet noch. Wartet noch. Wartet noch. Wartet noch. Beim Zielen. Kamerabeschleunigung. Oh Gott, was ist denn das? Mach's jetzt wieder spannend. Hör auf zu wackeln! Ich muss am Anfang schauen, ob's geht. Also, Leute. She is badass. Ich liebe sie jetzt schon. Sie ist ja einfach... Okay. Wird schon passen. Vielleicht... Uh. Okay. Haha. Hahaha. Sachet. Wenn ihr frech seid, dann... Bam. Hahaha. Gefällt mir. Ja. Okay, let's go! Ich hab keine Ahnung, wie die Steuerung funktioniert, wie irgendwas in diesem Spiel funktioniert, aber... Wird schon hin an. Da muss ich jetzt durch? Ich weiß ja nicht. Hast du eine Taschenlampe oder so? Ah ja! Oha, was war das jetzt? Jetzt hat die... Hä? Ich dachte, ich kann hüpfen. Ah ja! Ah! Mit Leertaste holt ihr ein Messer raus. Ah ja! 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 Ha! Kann ich auch so... Was kann ich denn noch machen? Warte, ich muss noch mal kurz schauen. Entschuldigung. Das ist ja geil! Eingabetyp rennen. Einmal drücken, einmal drücken. Einmal drücken. R1. Hä? Ich bin nicht auf Controller. Hä? Dein Ernst? Warum steht das da so für Playstation? Äh? 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 Warum steht das da für Playstation? Ich bin doch am PC? Äh? 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 Nee! Dann... Halt... nicht! Ne? Jetzt hat er Waffe zur Verfügung. Jetzt wird er wild! Yes! Yes! Hahaha! Aber es steht eh da, was ich drücken muss. Sie suchen nach uns. Das ging schnell. Aber wir umgehen sie. Okay? Okay! So geil! In ihren Boots rennt sie da rum. Love it! Was ist das? Und hoch mit dir! Und hoch mit dir! Und hoch mit mir! Los! Oh oh! Oh oh! Iiiiih! Was ist das? Nein! Sorry, aber ich lass doch eine Lady nicht allein! Oh! Tschüss! Iiiiih! Triff mich bei der Kirche! Lass es kein Begräbnis werden! Na super Leute! Jetzt werde ich schon sterben! Wieso sag ich? Wir gehen ein! Unfair! So! Und jetzt soll mir irgendjemand von euch sagen, dass ich nicht gut in Resident Evil bin! Hahahaha! Ja! Ich hab' die Bräbnis zu machen! Ja! 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 Warte nach, girl. Wo ist er? Wo ist er? Stirb. Wow. Stirb. Stirb. Boah, die Kamera ist viel zu langsam, Leute. Schwierig. Schwierig. Ah. Sie kann nicht hüpfen. Stirb. Oh, 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 oh. Mami. Ah. Herzenständer. Viele Menschen. Stirb. Adrenalin, Adrenalin, Adrenalin. Okay, die Kamera muss ich irgendwie schneller da drehen, weil das ist ja, du kannst ja nicht schießen, so Leute. Das geht ja gar nicht. Wer hat hier diese blöden Kerzen aufgestellt? Das ist viel zu langsam, wenn ich so... Da hätt... Ha! Ha! Okay. Legt euch nicht mit mir an. Schade, dass sie nicht hüpfen kann. Warum kann sie nicht hüpfen? Kann man in Resident Evil nicht hüpfen? Let's go, girl! Ja! Das wäre noch cool, wenn sie so Ha! Ja! machen könnte. So, die Tür jetzt auf mit dem Fuß. Ha! Ja! Nein, leider. Geil, in die High Heels. Geil. Geil. Den hohen Schuhen ist nicht einfach zu hüpfen. Egal, Supina. Ich muss nur noch rausfinden, wie. Gehe mir einen Überblick verschaffen. Oh, das ist aber spannend. Oha, was hat sie da? Special Linsen. Shift. Seilpistole. Wow! Geil! Kann ich es nochmal machen? Oh, schade. F. Uh, ich habe einen Ferngucker. Aha, da ist einer. Da ist irgendwas. Voll die fette Burg hier, Chat. Voll die fette Burg. Umsehen. Zoomen. Uh, ich kann zoomen. Hallo! Was da wohl ist? Ein Loch. Bist du ein Hübscher? Oh, nein. Hm. Leider nicht mein Typ. Tja, dann schauen wir halt eben weiter. Hm. Oh, wen haben wir denn hier? Ach, nein. Nein, nein. Der ist nichts für mich. Schauen wir weiter. Hm. Die Ausbeute ist leider sehr schlecht hier. Nun ja. Man hat es nicht immer so leicht, wenn man auf der Suche nach hübschen Männern ist. So, wie komme ich hier jetzt wieder raus? Ich möchte mich nicht mehr umsehen. Ich habe genug gesehen. Okay, da muss ich hin. Ah, da muss ich hin. Okay, ist gut. Wo die Fähne sind. Gut. Passt. Schließen. Ja, hat den nicht der andere? Uh, es gibt eine Map. Halt, ich bin wieder voll im Element hier. Die Karte. Wenn Sie sich einmal verlaufen haben oder nicht wissen, wo Sie hin müssen, kann ein Blick auf die Karte helfen. Dort können Sie Ihre Position sowie Ihre Ziele jederzeit einsehen. Haben Sie eine Schatzkarte? Was sind auch die Verstecke von Schätzen darauf? Vermerkt. Uh. Okay, ich musste mich ganz kurz orientieren. Ich bin hier. Ist das mein Ziel? Oh, ich kann zoomen. Aha. Oh, das ist mein Ziel. Bist du das Ziel? Gibt es irgendwie eine Legende, die mir sagt, dass das das Ziel ist? Schaut halt für mich nach Ziel aus. Was? Burgausgang. Das klingt doch einmal als Hoppa. So, was habe ich hier? Aha. Wie kann ich meine Waffe wechseln? Das habe ich noch nicht herausgefunden. Also, wie ich das Messer verwende, habe ich herausgefunden. Was sind das? Blendegranate. Aha. Ah, mit Mausrad. Ah, da habe ich nur noch drei Schuss. Okay. Was ist F? Ja. Oh, oh. Ich höre schon irgendwelche Graslingen. Kann ich laufen? Ja. Oh nein. Hier ist mein Ex. Stirb, motherfucker. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das wird mir zu heiß. Ich muss die Katapulte ausschalten. Seilpistolenangriff. Sie können die Seilpistole nutzen, um sich an taumelnden Gegner heranzuziehen und dann einen Nahkampfangriff auszuführen. F. Hei-ja. Hei-ja. Okay, weiter geht's. Was ist das? Munition. Lauf. Huah. Stirb, motherfucker. Oh, ich muss nachladen. Tschüss. Bye. Oh, ich habe noch... Ah, das ist der Nitzel. Stirb. Jawohl. Ey. Ey. Aus dem Weg. Jawohl. Schießpulver. Uh. Ey. 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 Ich möchte noch jemand mit mir spielen. Du also. Hä? Komm ruhig. Komm ruhig. Trau nicht doch. Trau nicht doch. Ja? Jetzt scharsteppen, gell? Oh, shit. Tschüss. Au. Hilfe. Au. Oh, Gott. Warum? Ich muss nachladen. Lade nach, Miss Girl. Au. Ii. Lade jetzt nach, Girl. Da explodiert alles. Hör auf, husten. Ey. Ich sehe nichts. Hallo. Oh, oh. Warum haben sie nicht nach? Schneller. 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 Ey. Warum sterben die nicht? Jawohl. Scheiße. Ey da. Die ist leer. Was machen wir jetzt? Oha. Aber jetzt. Aber jetzt wird hier geballert. So. So. Nachladen. Let's go. Du möchtest auch gern Stress haben, eh? So. Bitte schön. So. Bitte schön. Möchte noch jemand? Ah, hier oben. Bitte schön. Genau. Ey, da ist also von der Persönlichkeit her. Da ist die Namen. Vor allem. Nimmst du mich persönlich, bitch. Möchte noch jemand? Hier haben wir noch was. Einmal für die Community. Feier. Feier. Und nochmal für die Community. Okay. Los geht's. Hinüber. Hiya. Ich muss nachladen, Leute. Jetzt ist gerade keiner da. Okay, okay. Schnell. Einsammeln. Das nächste. Okay, okay. Fast geschafft. Wir schauen, was hier drin ist. Loot. Oh. Tja. Litt dich nicht mit einer an, bitch. Mal hier rüber. Okay, hier ist nix, Leute. Ist hier noch was? Schaut einmal, wie ich looten kann, ha? So. Und jetzt. Hinüber. Hiya. Geil. Ich lieb's. Ich lieb's. Nur diese Grauslichkeiten hier mag ich nicht so. Make-up sitzt. Genau. Das ist das Wichtigste. Kapitel beendet. Na bitte. Okay, weiter geht's, Chat. Ist es für euch interessant zum Zuschauen? Macht es Spaß? Ich soll Ihnen den Wernstein liefern. Offenbar kein ungefährliches Objekt. Welche Gräuletaten werden in seinem Namen begangen werden? Und wer wird den Preis zahlen? Ja, 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 ja. Ist der irgendwie krissenweig. Und jemand muss immer bezahlen. Es ist besser, keine Fragen zu stellen. So geil. Schau, sie kann rennen. Ach so, Hübschen war's. Bis hier in den Raccoon City alles veränderte. Äh, da ist einfach geilste. Und wie die hüpfen kann. Bin draußen und gehe jetzt Richtung Kirche. Bei den Los Illuminados herrscht zunehmend Unruhe. Bleib wachsam. Okay. Ende. Bis zur Kirche dürfte es nicht allzu weit sein. Zur Kirche gehen. Wartet. Wo ist sie? Oh, Jesus. So. Probier jetzt mal hier ein bisschen Stealthen. Warte, kann ich crouchen? Nein. Oder? Da ist halt komisch, dass keine, äh, Computersteuerung steht. F, runterspringen. Ach, du kannst wirklich nicht springen, nur wenn das steht. Okay. Küchenmesser. Schaut euch das an. Wie ist das an? Kann ich mich da rüber, Dingsen? Kein Passwort. Yes! Haia! Nimm das! Geil! Ich lieb's, Leute. Ich lieb's. Weiter geht's. Okay. Was haben wir denn hier? Ein rotes Kraut. Hm. Ja! Es wird's schon werden, Chat. Es wird's schon werden. So. Haia! Oh, shit. Halt die Klappe! Oh. Fine, da. Kommt! 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 Stirb, motherfuckers! Ein zweites Mal passiert mir das nicht! Hint fort mit dir! Nachladen, jeder. Schneller! Ha! 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 Wie viel Schuss haltet der aus? Nachladen, jeder. Schneller! Hiebt's ja nicht! So. Wer macht jetzt so einen Wirbel? Ah, du! Nächster, bitte! Hallo? Wie jetzt? Ah! Wollte gerade sagen, jetzt bin ich erst in Fahrt. Entschuldigung, ich hab dir in deinen Kopf reingeschossen. Warum bist du in Schott? Jawoll! Burn! Nice! So! Iiih! Hahaha. Komm raaaaus. Haia! So. Kein Problem, Chat. Wir haben alles im Griff. Gelbes Kraut kann meine maximale Gesundheit erhöhen, haben wir gerade gelernt. Ich kann es nicht benutzen. Herstellen? Ich muss ein gelbes Kräutermischung... Oh! Mit dem da. Okay. Okay. Ja! Mehr Gesundheit. Okay. Heia! Wow! Das hat sie jetzt mit dem Fuß gemacht! Mega! So. Heia! 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 Eeeh! Heia! Heia!! Oh! Oh, jemand ruf mich auf meinem Nokia an. Oh Gott. Ah, ich kann gehen, während er mit mir Telefonkonferenz haltet. Ah, mit F mach ich das, okay. Okay. Hier haben wir noch ein Fass. Jetzt hab ich gelernt, dass Sachen, die gut für mich sind und wo ich weiterkomme, gelb markiert sind in diesem Spiel. Ein Kinderspiel. Ich schaffe das. Ich bin Ada Wong. Keiner kann mich bezwingen. Da kommt jetzt sicher gleich einer hinter der Ecken hergeschossen und macht... Wieso reden die immer Spanisch? Sind wir in Spanien? Wer macht hier immer so... Hä? Liegt ein Bett? Okay. Weil es Spanier sind. Warum sind es Spanier? Da ist doch... Ah. Da ist doch... Ein Kinderspiel. Gute Nacht. Gute Nacht. Das nehme ich mir mit. Das werde ich sicher gebrauchen können. Haia! Oh. Stirb! Ja, genau. Tür zu. Ist immer gut. Oh oh. Oh oh. Der OP. Wir schreiten doch so. Äh. Ihr hättet ruhig die Türe zulassen können. Damit ich hier in Ruhe looten kann. Wer hätte ich sehr appreciated. Und einmal für die Community. Habe ich doch gern für euch gemacht. Ich bin Aina Wong. Und keiner kann mir was. Ich gehe sehr auf in meiner Rolle, Chad. Ich gehe sehr auf in meinem Chat. Okay. Community. Möchtet ihr ein Feuer haben? Schreibt es in den Chat. Nur für euch. Von Ada. Haia! Oh, jetzt kommt eine Kuh. Okay. Weiter geht's, Chad. Über die Brücke. Okay. Wartet. Ich muss nachladen. Gut, dass ich nachgeladen habe. Oh oh oh. Gute Nacht. Meine Mutter ist verrückt. Die Kuh hat... Meine Mutter... Was? Die Kuh hat dich begrüßt. Das ist ja so. Leon. Ah, Leon! Nett, dass du für Ablenkung sorgst. Oh. Dann muss ich mir wohl einen anderen Weg zur Kirche suchen. Ach, nicht, dass ihm hilft, gell? Gut, weiter geht's. Gut, weiter geht's. Ich bin Ada Wong und wir sind gerade live auf Cinemoon.tv. Wow. Heia! Heia! Was jetzt gar nicht so blöd. Geräusche machen hier. Selbst schuld. Wenn du einer Ada Wong im Weg stehst. Ha! So, warte mal, Leute. Ich muss ganz kurz hier gucken. Okay. Äh, kann ich das benutzen? So. Ja? Wie geht's euch, Chat? Habt ihr Spaß? Also, die Grafik ist schon geil. Entschuldigung. Können Sie bitte ganz kurz warten. Wir möchten hier die Grafik appreciaten. Sollen wir weitermachen noch? Ja, viel Spaß. Sehr schön. Das höre ich gerne. Mir macht's auch Spaß. Muss ich echt gestehen. Also, ich dachte, dass ich mir so nach einer halben Stunde denke, oh, nee, ist gar nichts für mich. Oh, das macht echt Spaß. Ach. Vielleicht hätte ich keine Bleistift-Absetze nehmen sollen. Aber egal. Ich schaffe das. Ich bin Ada. Oh, wow. Das geht. Entschuldigung. Ich hab dich nicht gehört. Was hast du gesagt? Oh. Gute Nacht. Okay. Ich hab's verstanden. Alles gut. Danke für dieses ausführliche Gespräch. Oh, was ist denn das? Ein Rätsel. Oh. Ja. Ah. Ah. Hä? Mehrere Sachen? Okay, drei Sachen brauche ich. Ah, nein, ah, Tagebuch einer Dorfbewohnerin. Heute war zum ersten Mal seit langem die Kirchenglocke zu hören. Ihr Läuten ist der Ruf unseres Herrn. Das ganze Dorf versammelte sich vor der Kirche, um den Klang zu lauschen. Unser Herr war liebevoll wie eh und je, während wir nähern uns einander an, unsere Gedanken werden eins. Er sagte uns sogar, dass die Wunder, die wir hier erschaffen, mit ihrer Pracht schon bald die Welt erfüllen werden. Gott, welch Weisheit, welch Barmherzigkeit. Die Güte, Lord Saddlers, wird uns mit dem Heilmittel gegen diesen Wahnsinn segnen. Ich kann es kaum erwarten, bis die Glocken erneut läuten. Okay, hier habe ich ein Symbol. Hier habe ich ein Symbol. Muss ich da hin? Oh, da war ich nicht. Blauer Auftragzettel. An verschiedenen Orten finden Sie blaue Zettel mit Aufträgen, die auf Ihre Erledigung warten. Nehmen Sie einen solchen Zettel auf, um den Auftrag anzunehmen. Gefundenen Aufträgen werden unter Akten abgeheftet. Nein zu blauen Medaillons. Wir können diesen Kult nicht einfach machen lassen, was er will. Kann irgendjemand bitte die blauen Medaillons beseitigen? Sie verunstalten das Landschaftsbild wie sonst nichts. Auftrag, alle blauen Medaillons zerstören. Gebiet, Steilwand. Belohnung, Spinell mal sechs. Keine Ahnung, was das ist. Aber ich glaube, wenn ich Headshot machen kann, dann verändert sich das genau. Stirb jetzt! Eins von vier. Gut. Ich muss erst suchen, Ada. Warum ist es da jetzt so klein geworden? Was ist da? Das ergibt auch ein Symbol, oder? Wahrscheinlich je nachdem, wie ich stehe. Irgendjemand ist wie so Zuckerlbonbons. Blaue Medaillons, wo seid ihr? Da sehe ich jetzt keines. Hier. Oh. Drei von vier. Eines fehlt noch. Hat jemand von euch gesehen, Chad? Ja. Wie, wie sie zuckt. Ha! Jawohl. Hier haben wir das mit oben, unten. Da haben wir das komische. Und damit Zuckerl. Als ob ich mir das jetzt da merke. Oben, unten mit zwei Augen. Und das... Oben, unten mit zwei Augen. Das mit die Zuckerl. Und das. Ha! Haha! Okay. Weiter geht's, Chad. Sehr gut. Sehr gut. Danke, Sabina. Ich meine, Dankeschön. Da wären wir. Die Kirche. Die Kirche. Die Kirche. Die Kirche. Guten Nacht. Ich muss sie finden. Die Kirche. Donde? Puedes soar, pero no te puedes esconder. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gute Nacht! ¡Aber den Loot hole ich mir noch! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tankeschene! ¡Danke, danke! ¡Bien stets bemüht hier! Ah, da geht's hier nicht hin. Wieder versetzt. Da. Klingt, als bräuchte er Hilfe. Heiße Schnitte, das ist wirklich. Schade, das habe ich sogar super erkannt auf Spanisch hier. Wir haben Leon gerettet, vielleicht können wir mit ihm flirten, das wäre so nett. Der Lord Sadler Todopoderoso. Keine Sorge, Leon. Das erste Mal ist umsonst. Ah, ha, ha. Fint ist gut. Fint ist gut. Wir haben Louis' Signal verloren, irgendwo in der Nähe des Dorfs. Kein gutes Zeichen. Das ist doch Menders' Gebiet. Er hat ein Haus dort, da könnte ich mich mal umsehen. Mach das. Vielleicht kann ich von hier noch was rausfinden. Menders' Haus aufsuchen. Okay. Wir müssen hier hin. Kann ich hier rein? Nein. Ich muss mich nur kurz ein bisschen umschauen, ob es noch Loot gibt. Gut. Warum ist da was Gelbes dran? Aha. 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 Ein Rubin. Wer weint hier? Kann ich doch die Scheibe schießen? Wir brauchen eine Taschenlampe, Ada. Uhhh. Wir brauchen eine Taschenlampe, Ada. Okay, da komme ich nicht weiter. Wäre ich hier noch irgendwo weitergekommen? Nein. Okay. Gut. Das ist so nicht gewollt. Man muss ja immer ein bisschen testen, ne? Da komme ich auch nicht weiter. Okay. Okay, Chad. Es ist mir etwas unangenehm zu sagen, aber auch ich muss ab und zu Dinge tun, die vielleicht nicht so actionhaft sind. Deshalb, ähm, nun ja, werde ich kurz hier mich zum Eva hinstellen und mein Geschäft vollrichten. Bitte schauen Sie alle kurz weg und es geht in zwei Minuten wieder weiter. Bis gleich. Nein, das ist, äh, was... Nicht, dass es Giftefer ist, dann ist es dann doch überall Ausschlag. Nicht gut. Das heißt ja nicht gut. So, dann muss man hier ganz kurz noch schnell, bevor ich hier jetzt durchgehe. Wie geht's euch? Macht euch Spaß? Ich laufe? Wohin? Ausschlag überall nicht gut. Rehbeine! Aber sowas von. Auf dem Laufband. Hä? Wovon redet ihr? Ach so, auf dem Laufband. Alrighty. Sollen wir weitermachen, Chat? Habt ihr noch Bock? Ja! Ich hab die letzten Tage zu viel gegessen. Hab steife Knie. Ja! Alrighty. Grafisch echt geil, gell? Von Laufband. Das war's. Ahah. Ja, ja. Die들이. Die. Die. Brille. Brille. Ah ja, die sind eh alle so okay, okay. Aber das gibt ja Loot. Ja gut, aber ich verballere auch, ne? Bin die eh alle da so. Haia! Au. Mal die zu mir. Ja? Zur Kirche. Schön weitergehen. Hier gibt's nichts zu sehen. Gut so. Ich hab euch im Auge. Bleibt artig und euch wird nichts passieren. Hallo? Ist hier jemand? Sieh mal einer an. Ist toll. Das kann man doch immer gebrauchen. Gut. Gehen wir weiter. Ja, wohl diese Kerzen angezündet hat. Hm. Die Zombies werden's wohl nicht gewesen sein. Irgendjemand muss hier gewesen sein. Mit einer großen Menge an Feuerzeugen. Was da wohl geplant wird? Mit diesen Kerzen. Ich weiß es nicht. Ein violettes Feuer. Oh, oh. Hä? Hey, Fremde. Was kann ich dir anbieten? Interessanter Ort für ein Geschäft. Fremder. Das weiß ich aus Streams. Da tut man dann speichern, gell? Willkommen. Ich lass das mal noch so. Ah, das sind dann in diesen Dingern. Rotes Kraut. Okay, Gesundheit ist voll. Sind wir bereit? Dann sind wir das nächste Abenteuer zu stürzen. Nice. Clemens Appell. Mein Meister. Wenn ich es mir recht überlege, war es seltsam, dass Isidro mich einfach gehen ließ. Seit mich das Ungeheuer in der schwarzen Robe mit etwas beschoss, fühle ich mich sonderbar. Ich habe begonnen, Dinge zu sehen, habe Visionen. Der Himmel selbst erscheint wie aus einer anderen Welt. Und dann kommt diese Kreatur. Doch auf einmal sind es viele. Hunderte. Mein Gebeter, bitte ich flehe euch an. Sag mir, gibt es einen Weg, diesen Grauen zu entkommen? Das ist ihr auch passiert. Da hat sie mit irgendwas angeschossen. Genau, bei der Schulter. Ich muss noch Haushalt machen, will Spaß already, yes see. Hallo? Ich kriege irgendwie einen steifen Nacken. Okay. Oh, oh. Oh. Sie ist infiziert von etwas. Boah! Nachladen. Okay, ich kann laufen während dem Nachladen. Das ist gut. Oh, Sarkastik ist schlecht für mich. Wow! Angriff parieren. Haben Sie ein Messer, können Sie mit Space-Angriff parieren, wenn die Aufforderung in der unteren rechten Bildschirmecke erscheint. Oh, Gott! In der unteren rechten Ecke aha, pariert! Basti püriert! Basti püriert! Wow! Oh! Kackladen, let's go. Wow Oh 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 Scheiße Koffer, Koffer, Koffer Notfallspray Benutzen Alles ist wieder gut, Chad Ich bin Ada Wong Ich mach dich fertig Oh nein Was ist noch los? Was? Weiter zu Mendes Haus Riecht nach verbranntem Fleisch Das weckt keine schönen Erinnerungen Auf einmal sind da Hühnchen Und wo bin ich gekommen? All righty Hallo? Ist jemand hier? Ich bin gekommen, um zu looten Mal zu einem Hohn Okay, mach ich danach Hallo? Jemand zu Hause? Sieht verlassen aus Ja, bitte Eine Suppine Du hast dir einen Chickenburger gewünscht? Sieht Ich bin Hm, die nehme ich lieber nicht. Mann kann ja nie wissen. Ich bin jetzt rein hier. Ah, du musst das Skype angemalt. Fake News oder was? Ah nein. Von hier bin ich gekommen. Oh, deine Schatztruhe. Hm. Eleganter Parfümflakon. Ich gehe nicht außer Haus ohne mein Chanel Nummer 5. Das versteht sich doch von selbst. Okay, und jetzt raus hier. Ich habe halt immer Angst, dass wenn ich in so ein Haus reingehe, dass da der Jumpscare des Todes kommt. Weil irgendwie, glaube ich, würde das thematisch passen, dass da dann doch noch irgendwo irgendeiner dahinter ist. Genau so. Genau so. Okay. Gehen wir weiter. Ah, ekelhaft. Fledermäuse. Gleich davon ist es. Das Safe House. Das Safe House. Verdammt. 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 Blut hat die Gabe angenommen. Oh. Und jetzt ist Fitz bin nicht da. Und ihr Leon ist zu sehen. Gabel. In meinem Blut. In meinem Blut. Bleibt mehr für mich. Kapitel beendet. All righty. Ich werde hiermit auf YouTube mal mit dieser Folge Schluss machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, schreibt mir gerne in die Kommentare. Und mit einem abonnenten Daumen nach oben. Und mit einem abonnenten Daumen nach oben werdet ihr mich sehr supporten. Und schreibt mir gerne auf den heutigen Beitrag. Aber heute bin ich langsam wie sie wichtig aus meiner Sicht. Und mit einem abonnenten Daumen nach oben. Und mit einem abonnenten daumen.